Moin Freunde, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Heute ist Montag, das heißt, ihr seht dieses Video am vielleicht Montag, vielleicht Dienstag. Es sind drei oder vier Tage bis Modern Warfare 2 droppt. Irgendwann zwischen Donnerstagnacht und Freitagabend. Das ist irgendwie die offiziellen Zahlen gehen aktuell so ein bisschen hin und her und ich gehe davon aus, dass es so ist wie die letzten Jahre, dass wir vielleicht ein bisschen früher zocken können als das, was offiziell genannt wird. Aktueller Stand ist irgendwie Freitag 18 Uhr. Es geht auf jeden Fall früher los. Das allererste, Leute, ich mache den allerersten Sabaton auf meinem Twitch-Kanal. Das habe ich noch nie gemacht, weil ich das eigentlich unsinnig halte, aber in dem Fall haben es sich alle gewünscht. Ich mache es einmal. Das heißt, wenn ihr Bock habt, mit in den Camo-Grind am Freitag reinzugehen, seid ihr auf meinem Twitch-Kanal herzlich willkommen. Ihr braucht dafür nicht zahlen. Auf Twitch kann man umsonst gucken. Ist eine coole Plattform. Ihr könnt mich persönlich kennenlernen, persönlicher als es in Videos irgendwie rüberkommen kann. Viele von euch finden es gut, manche nicht so. Jeder, wie er es möchte, eingeladen ist jeder. Wir haben jetzt mittlerweile durch unsere ganzen Leaker, Ghost of Hope und Hope und Hope Come und was weiß ich was, die verschiedenen Maps, die wir beim Release haben werden. Und wir wissen jetzt auch, welche Modi mit dabei sind und wissen auch, wie die Maps heißen. Und normalerweise wäre das jetzt kein Riesenthema, um da irgendwie drüber zu sprechen. Aber da haben wir ein kleines, was heißt Problem. Etwas, was ich ganz gerne zumindest einmal erwähnen wollen würde. Und deswegen sage ich euch jetzt erstmal, welche Karten wir bekommen. Wir kriegen, und ich dachte ja, wir kriegen 16 1 gegen 1 Maps, 6 gegen 6 Maps. Es sind 11 6 gegen 6 Maps. Und zwar, Bremenberg Hotel kennen wir aus der Beta. Museum kennen wir aus der Beta. Mercado Las Almas kennen wir aus der Kampagne, kennen wir aus der Beta. Tarek, Krohn Raceway. Das ist übrigens die Formel 1 Karte, die eigentlich in der Beta schon kommen sollte. Bei denen viele Spieletester gesagt haben, die ist richtig geil gewesen. Die dann von Activision rausgenommen werden musste, weil die Karte zu sehr dem Singapur, ich glaube Singapur ist es, Formel 1 Racetrack geähnet hat. Ich weiß sogar, USA. Irgendein Racetrack auf jeden Fall. Weil sie haben einfach 1 zu 1 die Formel 1 Piste mit allem nachgebaut, haben das Motodrom nachgebaut und haben damit dann Copyright Probleme bekommen. Ist nicht zum Beta Release rausgekommen, kommt jetzt raus unter neuem Namen überarbeitet. Soll immer noch gut sein. Auf die freue ich mich sehr, sehr, weil die wirklich in diesen Teaser-Trailern, die wir bekommen haben, sehr, sehr krass aussah. Also das Erste, was mir aufgefallen ist, dass irgendwie die Namen komplizierter werden, so von Jahr zu Jahr. Das Weite, kein Shoothouse mit dabei, kein Shipment mit dabei, wo ich sehr froh drüber bin. Ich würde gerne am Ende oder am Anfang möglichst viele Spieler noch auf verschiedensten Maps sehen und nicht, dass 3 Viertel der Community nur Shipment und Shoothouse spielt. Denn es gibt durchaus bessere Karten. Und die Karten, die wir jetzt in der Beta gehabt haben, fand ich schon mit der Ausnahme von Museum, die einfach, Museum ist keine 6 gegen 6 Karte, sondern eine Karte für 12 gegen 12 oder so. Die war einfach viel zu groß. Brennberg Hotel war zusammen mit dem Mercado eigentlich eine meiner Lieblingsmaps. Also da haben die, was die Map-Qualität angeht und die Richtung, haben sie im Gegensatz zu MV19 deutlich eine Schippe draufgelegt. Und das hat schon dafür gesorgt, dass der Spielflow und der Spielspaß größer war. Was jetzt aber das Problem ist, von diesen 11 Karten, die wir zu Release bekommen, und glaubt mir Leute, wir haben 2 Jahre COD, das heißt viele Sachen ändern sich, die wir sonst so nicht kennen, werden mit jeder Season, wir kennen das, 2 oder vielleicht 3 Karten dazukommen. Es wird bei Release von Call of Duty MV2 kein Gunfight geben. Das heißt, die von euch, die 2 gegen 2 Gunfight gemocht haben, ihr werdet diesen Modus später erst bekommen. In den Competitive Maps haben sie jetzt noch nicht gesagt, welche das sein werden. Da kann man sich so ein paar wahrscheinlich ausdenken schon, in welche Richtung das gehen wird. Zum Beispiel wird Brennberg Hotel, gehe ich mal von außen suchen, zerstören Map sein. Läuft es jetzt dieses Mal ein bisschen anders als vorher? Und jetzt passt auf. Bei dem Ganzen werden wir dieses Jahr ein Switch haben in den CDL Maps, beziehungsweise in den Modi. Bisher war es so, dass ihr Suchen, Zerstören, Stellung und Control hattet die letzten Jahre. Wir gehen dieses Jahr, so wie es aussieht, zurück auf Suchen, Zerstören, Capture the Flag ist endlich wieder da und Stellung. Herrschaft war ganz, ganz früher mal, ich glaube das letzte Mal zu Call of Duty Ghost Zeiten mag ich gerne. Für die CDL Pros nicht so geil, von daher ist das raus. Jetzt ist aber das folgende Problem. Von diesen 11 6 gegen 6 Karten sind ein Drittel, also drei Karten schon, rausgenommene Teile aus der El Masra oder El Masra Warzone 2 Karte verkleinert hier reingeworfen. Und wenn man mal überlegt, ist das nicht gut, denn jedes Mal, wenn sie aus der Warzone Karte Teile nehmen und die einfach schrumpfen, ein Teil nehmen und in den Multiplayer reinwerfen, war es bisher so, dass die Karten trotzdem deutlich zu groß waren und dann irgendwie keinen geilen Gameflow hatten. Weshalb meine Hoffnung natürlich ist, dass bei diesen 11 Karten, die wir jetzt haben, Die erste Season beginnt ja am 16.11., wenn Warzone auch rauskommt. Zwischen dem 28.10. und dem 16.11. ist sozusagen die Pre-Season. Ihr werdet noch keinen Battle Pass haben. Ich weiß nicht, ob schon was im Shop zu sehen ist. Ich gehe davon aus, dass schon was im Shop landen wird zwischendurch. Ihr könnt auch schon Waffen leveln, schon Tarnung freischalten. So wahr uns Gott helfe und man Tarnung auch anders als im Vanguard freischalten kann und die Aufsätze dafür da sind. Aber die richtige Season beginnt erst am 16.11. Und am 16.11. kommen mit diesen 11 Karten, die wir bisher haben, auch noch weitere neue 6 gegen 6 Karten. Gunfight 2 gegen 2, wie gesagt, kommt später erst. Hier ist noch kein Datum genannt. Und zu diesen 11 6 gegen 6 Karten bekommen wir 5 Ground War Map Karten. Einige davon haben wir ja schon gesehen in der Beta und 3 komplett neue, die wir so noch nicht gesehen haben, kommen dann da mit rein. Das heißt, insgesamt sind wir bei 16 Multiplayer-Karten, wenn man das so sehen will. Einer Warzone-Karte, was Almazra ist. Und jetzt kommt der Clou an der Geschichte sozusagen. Ab Mitte 23 gibt es sehr, sehr viele Gerüchte, dass Treyarch zusammen mit Binox und Toys4Bob, was für mich wie so ein Porno-Hersteller klingt, eine Resurgence-Map machen und eine zweite Warzone-Karte. Das heißt, Mitte 23 soll eine Rebirth-Resurgence-Karte kommen. Da wird Infinity Ward unterstützen. Raven Software, Binox, Toys4Bob sitzen da dran. Und ab Ende 23 soll Treyarch eine eigene Warzone-Karte rausbringen, die dann auch schon, ich sag mal, die Integration anfangen soll zum neuen Treyarch-COD, was ja dann im Jahr 2024 kommt. Und wir reden ja die ganze Zeit davon, dass die CODs jetzt im Zwei-Jahres-Rhythmus kommen. Bisher ist aber nur gesagt, dass Treyarch das neue COD 2024 released. Niemand hat bisher davon gesprochen, dass deren neues Call of Duty, Black Ops oder wie auch immer es heißen wird, erst im Oktober, November, Dezember 2024 rauskommt. Vielleicht kommt es auch im Februar, März, April, Mai oder so raus. Da würde es schon Sinn machen, wenn zum Ende des Jahres eine neue Treyarch-Warzone-Karte in Warzone 2 reinkommt und wir da eventuell schon einzelne Elemente sehen, die dann sozusagen in das neue Treyarch-Game, was ja im Golfkrieg spielen soll, rübergehen wird. Finde ich ganz interessant und charmant ist das vor allen Dingen auch. Aber 6 gegen 6 Maps, 11 Stück am Anfang, das ist mehr als in Modern Warfare 19. Da gab es allerdings auch 2 gegen 2 Gunfight und Ground War und alles mögliche. ist mehr als in Cold War, aber weniger als in WW2 und all den anderen Spielen vorher. Das heißt, ein bisschen enttäuscht bin ich schon. Ich habe gedacht, wir kriegen wirklich 16 6 gegen 6 Maps. Wenn diese 11, die wir haben, mit Ausnahme vom Museum, die zu groß ist, vernünftige Maps sind, auf denen man wirklich Spaß haben kann, soll es mir egal sein, weil ich weiß, dass wir innerhalb von 12 Monaten von diesen 16 oder 11 6 gegen 6 Maps am Ende bei wahrscheinlich 22, 24, 26 sind. Der Support für das Game wird super wichtig sein, damit nicht viele Leute schon nach wenigen Wochen das Interesse verlieren. Und ich bin sehr gespannt, wie es läuft. Was sagt ihr dazu? 11, 6 gegen 6 Maps? Zu wenig? Zu viel? Oder gerade gut so? Hauptsache die Qualität passt. Lasst ein Like da, Leute. Lasst ein Abo da. Es sind nur noch 3 fucking Tage und dann können wir endlich durchziehen. Haut rein.